Musik Ich bin angerufen worden von meinem Stiefsohn und er hat gesagt, hier ist was Schlimmes passiert. Dann sind wir sofort nach Hause gekommen und dachten, naja gut, ist vielleicht jemand so ein bisschen in den Zaun gefahren. Aber das, was wir hier gesehen haben, so etwas habe ich noch nie gesehen. Mein Freund und Untermieter saß am Schreibtisch und der ist knapp daneben, also das Auto ist neben ihm reingefahren ins Haus. Ich weiß nicht, ich bin glaube ich auch gerade ein bisschen geschockt, keine Ahnung, also es kommt morgen erst, glaube ich. Es hätte auch schief gehen können. Es ist ja überall Schotter, alles staubig, alles dreckig, das ganze Zimmer ist hinüber. Doch, doch, das Auto ist jetzt raus und da mussten wir raus, aber ich habe noch nicht gehört, dass wir nicht wieder rein dürfen. Ich glaube schon, dass wir wieder rein dürfen. Ich habe gehört, dass er wohl aussteigen konnte noch und dass er ins Krankenhaus gefahren wurde. Also, alles okay. Zum Glück, niemandem was Schlimmes passiert. . Untertitelung des ZDF, 2020